Zweimal Neubeginn, zweimal Neustart verspricht uns der Dezember. Und unter welchen Vorzeichen die beiden neuen Monde stehen, die den Dezember flankieren, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Also eine Prognose für das Monat Dezember. Vielleicht warst du ja dabei, wie ich live gestreamt habe, den Übergang von Pluto in den Wassermann, also das endgültige Verweilen des Plutos im Wassermann-Zeichen. Ich habe in dem Video auch schon mehr darüber gesprochen, was das bedeutet von der astrologischen Symbolik her, was das für dich bedeutet, was das für Steinböcke und auch Wassermänner bedeuten kann. Und jetzt möchte ich noch einmal schauen, weil der Pluto ja gerade frisch in den Wassermann eingetaucht ist, was das noch für eine Bedeutung haben könnte. Und heute geht es mir besonders um den Aspekt des Erbes. Das Pluto ist ja das Familienerbe auch, das ist also ein Symbol des, was erbt man dann, was bekommt man vererbt. Und das bekommt in Wassermann natürlich eine ganz andere Qualität. Während in Steinbock das noch materiell war, dass ich gesagt habe, okay, da gibt es Geld, da gibt es Haus, da gibt es gewisse Familienwerte, die man bekommt, die auf den ersten Blick vielleicht wie ein Geschenk ausschauen, aber dann sich im zweiten Blick als Belastung womöglich erweisen. Das heißt, ein Haus, für das du dich verschulden musst, dass du Geschwister auszahlen musst, dass du es renovieren musst, dass da gewisse, ja, womöglich noch Mängel dranhängen, die du noch gar nicht gesehen hast. Davon mal abgesehen, dass das eben ein Objekt ist, wo man sagt, okay, da komme ich zurück in die Kindheit, werde an das erinnert, wo ich womöglich aufgewachsen bin. Also das ist alles nicht so leicht, womöglich ist es etwas, was du ausräumen musst, ja, wo man sagt, bis das einmal auf einem Stand ist, wo ich sage, okay, das gefällt mir, bis da die ganzen Möbel draußen sind und so weiter. Also das kann schon ein gewisses trojanisches Pferd gewesen sein, so ein Erbe. Und diese Belastung, die man da auch mitgespürt hat, eben mit Steinbock, mit dieser materie-schweren Zeit, ist jetzt ganz anders. Also auch das Erbe wird sich wandeln in den nächsten 20 Jahren. Und da geht es mit der Luft-Epoche natürlich wieder, um was geht es denn? Es geht um Informationen, es geht vielleicht um immaterielle Werte, vielleicht auch Kunstwerke, könnte man sich vorstellen, dass der Kunstmarkt, Sammlermarkt, dass da etwas sich auftut, was eigentlich besser vererbbar ist, wo man vielleicht besser auch Werte weitergeben kann. Was das auch bedeutet, dass sich der Pluto noch einmal im Wassermann befindet, das ist eine eindeutige Transformation der Generationen, nämlich der zukünftigen Generation, also Kinder, die jetzt geboren werden, und der älteren Generationen. Du kennst ja diese Aufteilung, die Boomer, Gen XYZ und Generation Alpha jetzt dann, also diese soziologische Einteilung der Generationen. Und da ist es wichtig für jede Generation, egal welcher Generation du angehörst, ein Gefühl zu entwickeln, in welcher Zeit man verortet ist, in welcher Zeit bist du denn aufgewachsen, in welcher Zeit bist du sozialisiert, und dass diese Zeit jetzt nicht mehr ist. Das heißt, es werden immer mehr, ich nenne es fast Zeitblasen parallel entstehen, wo jeder andere Ereignishorizonte hat, und diese Trennung noch viel deutlicher wird. Und der Pluto ist auch jemand, der überlegt, was brauchst du in der Zeit, in der du sozialisiert wurdest, in der Zeit, in der du aufgewachsen bist, heute noch. Was ist heute noch wichtig? Was ist heute noch wesentlich? Ich denke da an Freunde von mir, und was zu meiner Zeit cool war, eine riesen Schallplattensammlung zu besitzen, zum Beispiel. Das hat man heute im Prinzip das meiste, ich weiß, da werden jetzt Sammler, aber wahrscheinlich dann die Nase rumpfen, aber das heißt, das meiste hast du am Handy jetzt schon, hast du digital, da muss man sich nicht mehr belasten, da brauche ich keine riesen Lagerräume. Und da ist dann die Frage, okay, braucht es das noch in der Gegenwart? Braucht es diese Technologien noch in der Gegenwart? Kann man da was, kann man da was in dieser Zeitblase, in der ich mich befinde, wie hat sich die auch zu verändern in die neue Zeit hinein? Und wenn man sich da öffnet, diesen Zeitgeist öffnet, nämlich, dass ich gewahr werde, ich bin Teil der Vergangenheit. Und da rede ich auch schon von mir selber, ich bin Teil der Vergangenheit, ich bin nicht Teil dieser ganz neuen Zeit. Und ich kann auch meine alten Modelle nur bedingt in dieser neuen Zeit wieder anwenden, weil da ein anderes Denken, ein anderes Gefühl einfach nötig ist, andere Werte nötig sein werden. Aber was man machen kann, also wie gesagt, Zeitblasen, parallele Zeiten, was man tun kann, ist eben diesen Geist, diesen Zeitengeist einzuladen, das Neue einzuladen, und zwar in der Dosis, dass ich sage, ich muss erlauben, dass Altes gehen kann. Also wenn ich mich dem Neuen öffne, muss ich Altes loslassen, automatisch, weil du hast ein erfülltes Leben. Jeder hat in seiner Zeit ein erfülltes Leben. Aber wenn ich sage, es muss was neu werden, dann muss etwas gehen. Und das sagt uns auch Pluto in Wassermann. Also wenn der Pluto jetzt in dem Wassermann ist, dann bedeutet das ganz einfach, das Alte muss gehen, ganz automatisch, um frischen Wind reinzubringen. Und je nachdem, wo diese Themen bei dir angetackert werden, angetriggert werden, je nachdem, passiert eben dieser Wandel teilweise unter Zwang. Pluto hat ja auch einen gewissen Machtaspekt. Aber teilweise, wenn der freiwillig passiert, nämlich ich gehe in meine Macht, ich gehe da jetzt in meinen Selbstausdruck rein, dann ist das ein Segensgeschenk. Und dann ist das etwas Wundervolles und etwas Kraftvolles. Und dann kommt das Neue und das Alte kann parallel gehen. Du empfindest das Alte, das gehen kann. Das können materielle Dinge sein. Das können auch Menschen sein um dich herum. Das empfindest du eigentlich als Erleichterung. Und so kann was Neues reinkommen. Also das ist eben so dieses Bild dieser parallelen Zeiten. Also stell dir das mal vor wie so Kugeln, die nebeneinander sind. Wie so Zeitsphären, wo ich sage, ich kann in dem Hocken bleiben oder ich öffne mich dem Neuen und dann spülst du ganz viel raus. Und das, denke ich, ist ein erleichternder Prozess. Und diese Zeitkugeln, sagen wir mal, diese Dimensionen, die jetzt noch deutlicher werden, dass wir in unterschiedlichen Zeiten sind, das werden wir natürlich auch merken bei Verwaltungsaufgaben, einem Verwaltungsapparat, wo dann etwas scheinbar noch stillsteht oder etwas absolut nicht up-to-date ist. Und auch da wird dann der Druck immer weit größer, der Druck auf Verwaltungsapparate. Genauso wird der Druck von Verwaltungsapparaten aber auch größer. Und das teilweise durch diese alten Strukturen. Wenn du da schneller bist, weiter bist und du hängst in einem kafkaesken Amtscomputerprogramm fest, naja, dann kannst du dir das ja auch schon vorstellen. Auch Prozesse gehören natürlich dann optimiert für diese neue Zeit. Das heißt, Abläufe gehören freier gestaltet, intelligenter gestaltet und dadurch kommt dann auch wieder mehr diese Eigenverantwortung rein, also über diesen Pluto im Wassermann. Und wie gesagt, dieses Bild dieser Zeitkugeln, ich werde da immer wieder darauf eingehen, die Generationen, die sich bewusst werden müssen, in welcher Zeit leben wir denn. Und wenn ich noch in der alten Zeit lebe, dann macht mir die neue Zeit wahnsinnige Angst. Aber wenn ich weiter schaue in die Jugend, dann kommen da auch ganz andere Chancen rein. Das heißt, erben wir oder vererben wir nicht mehr die Angst der alten Generationen den Kindern, die Sorgen. Oh Gott, das Geld ist nicht mehr so viel wert. Oh Gott, ich weiß nicht, habe ich ein Erbe? Oder was passiert denn jetzt? Was kann man weitergeben? Also da gehören einfach andere Modelle rein. Und das ist noch einmal so diese Erinnerung an Pluto Wassermann, was für mich ein wichtiger Aspekt der nächsten 20 Jahre sein wird. Gut, soweit Pluto Wassermann und jetzt schauen wir in den Dezember mit rein. Also dieses Pluto Wassermann-Thema spielt natürlich mit, obwohl der Pluto jetzt, also zu Beginn relativ unauffällig ist. Wir haben ein Sextil zum Neptun von Pluto, aber sonst haben wir da jetzt eigentlich nichts. Also Pluto hat jetzt nach seiner großen Schwellenüberschreitung, die ja ziemlich aufgeladen war, kannst du ja gerne das Video nochmal anschauen, also diesen Livestream, den ich gehabt habe, das ist Tschüss Pluto, ist der Pluto jetzt momentan ein bisschen ruhiger mit dem Neptun. Das schadet ja nicht. Und was wir allerdings haben, ist natürlich dieser Neumond im Schützen. Also Sonne, Mond kommt zusammen im Schützen und der Schütze ist ja ein neuer Horizonte will erfahren, der möchte einfach wirklich etwas Optimistisches reinbringen. Also das ist so die gute Fügung, das ist so das Zeichen auch für Spiritualität. Es fällt natürlich auch diese Vorweihnachtszeit rein, wo man sagt, okay, da möchte ich weitergehen. Und wir haben diesen Neumond in der westlichen Welt so im ersten Haus drinnen stehen, und wie gesagt im Schützen. Und was da sehr interessant dran ist, der ist sehr energiegeladen. Der Mars und die Venus sind beide bei diesem Neumond beteiligt. Der Mars mit einem Trigon. Mars im Löwen ist ja durchaus eine ganz starke Energie. Das heißt, da kann, ich habe schon von den Ahnen gesprochen, der Mars steht jetzt im achten Haus noch einmal im Löwen, da kann jetzt einfach wirklich auch was Positives noch einmal reinkommen, also guter Rückenwind von den Ahnen. Und da ist es auch eine gute Zeit, sich noch einmal Ahnenthemen anzuschauen. Und ich habe dann einen Workshop, ich blende den dann auch ein mit den Ahnenthemen, habe gestern ein Video dazu veröffentlicht, wo es eigentlich wirklich darum geht, Biografiearbeit zu machen und dann die eigenen Ahnenthemen auch noch einmal aufzulösen, ist eine gute Zeit jetzt noch. Also Mars im Trigon, also positiv, unterstützend, mit viel Schwung starten wir in den Dezember mit viel, mit viel vielleicht auch Enthusiasmus und positivem Geist. Das, was da ein bisschen bremst, ist das zwischen Mars und Merkur, bestehende anderthalb Quadratmeter Merkur, der ja auch sehr optimistisch wir im Schützen und auf Aufbruchstimmung gebürstet, da kann es eben mit dem Mars noch zu Verschleppungen kommen, zu Verzögerungen kommen, da kann es ein bisschen zu Stress kommen, also ist es jetzt nicht so ganz ideal, oft einmal um Neues zu starten, beziehungsweise auch ein bisschen Verwicklungen kann es da geben, weil der Merkur ja dann auch rückläufig sein wird mit Geschäftsdingen. Ja, dann haben wir die Venus und die Venus ist auch auf dieser Neumond Energie mit beteiligt, mit einem Halbquadrat und das ist auch so ein bisschen so Frustrationspotenzial, die Venus im Steinbock fühlt sich auch nicht unbedingt wohl, also das ist vielleicht so die Venus, die eingeschränkt wird, die das Gefühl hat, okay, es ist was härtig, muss was sparen, jetzt kommen die Weihnachtsgeschenke, vielleicht kann ich da nicht so viel Geld ausgeben, wie ich mir wünschen würde, oder sie erinnert uns auch dran, vielleicht sparst du besser was, bevor du irgendeinen Klumpad kaufst und besinnst dich auf was Gescheites, nämlich im Sinne von schenk Zeit, schenk Aufmerksamkeit, schenk jemandem ein Talent von dir, was mir zum Beispiel da einfällt ist, wenn du von einer jüngeren Generation bist, schenk doch einfach einmal jemandem ein bisschen Zeit, dass du ihm ein Handy erklärst, ein Computerprogramm erklärst oder solche Gutscheine, das kostet nichts, ist aber unglaublich wertvoll oft für die ältere Generation. Also das wäre so eine Idee, die mir dazu einfällt. Denn was dazu kommt zu dieser Venus im Steinbock ist der Saturn, der Quadrate rauswirft aus seinem Fischezeichen. Saturn steht ja in Struktur der eigenen Wirklichkeit und das eigene Innerliche gehört einfach strukturiert. Und es kann eben auch sein mit Saturn Quadrat Sonne Quadrat Mond, dass man da auch merkt, okay, ich muss eigentlich auch mal meine inneren Bilder ein bisschen vielleicht schmähler machen. Das heißt, nicht ganz so übertreiben, auch wenn es um Spirituelle geht, also nicht übertreiben jetzt, nicht gleich in jede Richtung laufen und glauben, der neue Erlöser kommt ums Eck, sondern wirklich nüchterner bleiben, bei dir selber bleiben und eine bessere Struktur auch noch einmal finden. Und Saturn Quadrat Sonne ist auch noch einmal eine gewisse Einschränkung. In den Fischen ist es natürlich eher immateriell, aber kann auch noch einmal eben zu diesem Mangel deuten, beziehungsweise auch noch einmal die Aufforderung übertreibst bitte nicht jetzt mit irgendeinem Konsumrausch. Außerdem glaube ich haben wir ja gerade irgendwie Black Friday irgendwas irgendwo wird wieder verkauft. Also da einfach aufpassen und auch prüfen, was braucht man eigentlich wirklich. Und wir haben ein Jupiter Saturn Quadrat und Jupiter Saturn, der Jupiter der Optimist, der Kommunikations Optimist und da ist ein Quadrat eben auch noch einmal zum Saturn in Fische und Jupiter steht in den Zwillingen zur Zeit und ist rückläufig und auch da geht es wieder darum Nachrichten Meldungen, das was man hört, also diesen Geschichten nicht unbedingt alles zu vertrauen oder nicht unbedingt als eigenes Weltbild gleich zu übernehmen. Egal was du hörst, das ist einfach so dieses da gibt es viel Geräusche in unserer Zeit, da gibt es viele Informationen, lass dich nicht von jeder Information irritieren, lass dich nicht gleich in irgendeine Richtung drängen von was, sondern bleib klarer bei dir. Das ist einfach so ein bisschen so eine fast Manipulationsenergie über die Kommunikation über die Medien und deshalb eben nicht gleich jeder Zeitungsente hinterherrennen, wenn etwas zu gut oder zu schlimm ist, um wahr zu sein, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben oder nicht ganz wahr. Die liebe Venus im Steinbock hat einen positiven Rückenwind vom Uranus im Stier. Jetzt haben wir Uranus im Stier in einem R-Zeichen und wir haben die Venus im R-Zeichen also im Steinbock stehen und die machen ein Trigon hin. Das ist jetzt so die Möglichkeit auch noch einmal, also wir haben ja Uranus der Wertewandel und der unterstützt jetzt auch deinen ich sag's jetzt einmal überspitzt ausgedrückt deinen Pseudomangel der unterstützt deinen Pseudomangel insofern positiv dass ich sage was ist wirklich notwendig was welche Werte kann ich denn jetzt abgeben wo habe ich vielleicht falsche Werte die mir so viel Ressourcen kosten die ich eigentlich gar nicht brauche und da unterstützt der Uranus mit dem Wertewandel eben die Venus im Steinbock und das ist eigentlich eine ganz positive Energie um klar Buch zu halten klare Ziele auch finanziell einmal zu überdenken wo möchte ich hin was möchte ich machen also ich denke das ist eine ganz gute Zeit sich das auch noch einmal zu überlegen jetzt dieser Dezember also das sind so mal die Hauptpunkte im Dezember im Neumond Dezember wir werden eh noch mal mehr darüber hören was sich Weihnachten tut und so da mache ich auch natürlich noch Videos aber grundsätzlich einmal wir haben einen Neubeginn im Dezember also das heißt Neumond Neubeginn läutet eine neue Periode ein und die geht jetzt eigentlich wirklich so im Dezember rein das heißt wir haben diese Zeit die wir nutzen können dieses letzte Monat diesen Abschluss des Jahres 2024 können wir nochmal nutzen um uns neu zu orientieren neues Wissen zu erwerben und uns auch neu aufzustellen und auch womöglich mal auszumisten noch einmal und nicht unbedingt was Neues immer sich noch mehr zuzumüllen das wäre jetzt mal so diese Tendenz für den Dezember 2024 für den Neumond der genau am 1. Dezember 2024 stattfindet der zweite Neumond im Dezember findet dann wirklich am 31 Dezember statt also wirklich Ende Dezember ist der zweite also wir haben zwei Neumonde im Dezember ist ja ganz spannend und das passt auch dann gut schon mit dem Jahres Wechsel zusammen da werde ich eh noch mehr darüber sprechen über die Jahrestendenzen was sich dann tut 2025 was astrologisch los ist also da werde ich das demnächst auch wieder veröffentlichen und wenn du Lust hast ich werde eine Reihe Events starten so 27 28 29 rum also fix ist aber der 29 Dezember mit dem Workshop Vision 25 wo es um Tarot und Astrologie geht also lernst du Tarot Karten legen für dich reinschauen 25 dich zu fokussieren so ein ganz cooler Tag auf den freue ich mich schon ist die Anmeldung auch schon offen und es wird aber auch noch ein Astro Event geben wahrscheinlich am 28 Dezember rum aber das werde ich dann noch veröffentlichen ja bis dahin wünsche ich dir alles alles Gute und eine letzte Bitte habe ich abonniere bitte den Kanal denn das Spannende ist 65 Prozent der Zuschauer die sich das Video anschauen sind keine Abonnenten und es kostet nichts und du tust mir die Inhalte gefallen bitte lass einfach ein Abo da wie immer dem Video auch gerne einen Daumen hoch geben teil das Video dass der Kanal weiter wachsen kann dass 225 die coolsten Inhalte kommen auch für dich zu dir nach Hause denn ich versuche natürlich immer die Informationen zu liefern die dich weiter bringen die mit deiner Energie zusammen stimmen wo man sagt hey da kann ich reinspüren das kann ich nachvollziehen da kann ich etwas positiv in der Eigenermächtigung verändern ja das wär's für heute ich wünsche dir eine gute Zeit wenn du dran denkst schau doch gerne mal bei dem Livestream Video Tschüss Pluto ein da habe ich noch mehr über diese Pluto Wassermann Energie gesprochen und ansonsten hoffe ich dass wir uns demnächst wiedersehen bei einem neuen Video oder live bei mir in der Praxis aus dem wunderschönen Lenz alles Gute und bis nächstes Mal